Boah, es geht los? Okay, pass auf. Heute ist der dritte Tag vom Videodreh, glaube ich. Und heute machen wir eine, wir rennen über das Feldszene. Ich habe keine Ahnung, was wir da tun. Irgendeine Büro-Szene. Ja, wir sind jetzt hier in Willicht und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir zusammen ein geiles Ergebnis bekommen. Auch wenn hier manches halt immer mal wieder unorganisiert läuft. Teilweise auch nicht. Hey, Armani. Alex, lach mal. Schön. Gegenlicht. Boah, meine Linse ist derbedreckig. Deine Linse ist derbedreckig, Mann. Dann koch doch ein paar Ernst, dann bist du im Besseren dran. Herr Regisseur, was ist der Plan jetzt? So, also als erstes musste ich mich hier einfinden, weil man ja nicht so weiß, wo man so ist. Und jetzt werdet ihr alle von dort hier um die Ecke rennen. Ich aber nicht, weil ich gehöre ja nicht dazu, ne? Aber du bist ja auch mit aus der Halle gerannt. Ah, fick dich hart. Meine Hose ist... Boah, das ist ja ein schwarzes Loch. Richtig geil, wenn man hier sieht. Wie ist die Moral gerade? Geil. Richtig gut. Was haben wir denn gerade gemacht? Wir sind durchs Feld gerannt. Schwenken. Was für Feld? Soll nicht kurz dabei sein, wenn du Tati übernimmst. Oh. Zack, 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 Zack. Zack, 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 Zack. Lacka! Was ist passiert? Ey, wir müssen jetzt noch ein Take drehen. Ich dachte mir jetzt in die Eier bocken, das hat er gesagt. Bleib doch wechseln, bleib doch wechseln. Alles in die Ruhe. Kamehameha! Hast du dich gemacht, oder? Aber jetzt mach ich's. Nein! Doch, Alter! Verfiss dich! Ein Mann muss zu seinem Wort stehen. Komm, lass mal. Ein Mann muss zu seinem Wort stehen. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ja, da unten. Und das immer. KallenAS muito, die Monster! Und da unten! Lass dir mal. Ich soe mich auf jeden Tag. Vergessen die Zeit. Du kannst ihn hierher. Ich bin hierher. Es geht ab. Wir haben hier eine krasse Konferenz am Laufen, wichtige Politiker aus aller Welt sind da. Prost! Ihr kommt rein dran, ihr seid überlebt von der Mitglieder. Ich bin müde und ich habe keine Lust mehr und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass der J.I. gesagt hat, wir machen nur noch zwei Takes. Und jetzt machen wir drei! Und vier statt zwei. Ich gehe in den Bäcker und kaufe mir eine Donawelle. Ich steig dir in meinem Boot und mach auf der Donauwelle. Könnte ich die ganze Zeit in die Fresse treten? Was? Er kriegt noch sein Fett. Ich durfte, ich durfte mal! Scheiße! Ich hab echt nicht dran dreht. Ich hab was auch noch aufgenommen. Der war, der war, der war. Das nutzt er dir auch. Scheiße! Gebankt, Alter! Mann! Ein paar Verabschiedungsworte von dem Meister. Der Tag war gut. Ich hab mich ungefähr siebenmal auf die Fresse gelegt. Meine Knie sind offen. Ich hab hier ne Wunde. Meine Hose ist gerissen. Aber ähm... Sonst... Die wurde auch schon durch ne Rettungsaktion gerettet, ne? Aber hab ich gesagt, dass das hält? Ja gut, das hab ich. Aber... Naja... Wir verabschieden uns. So leist. Freut dich auf das Video. Oder auf das Mäckchen noch. Was auch immer vorher kommt. Und... Ciao, ciao! So lange hier, dann lass es nicht mehr durchzustehen.